So, hallo meine liebe Freunde und herzlich willkommen bei Project Layspace und einer weiteren Folge Watch Dogs 2. Ja, wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg zu einer weiteren Mission. Wir müssen ja dieses e-Home oder dieses Home-Projekt, also Smart Home ist es im Prinzip, ein ferngesteuertes Zuhause, hacken, knacken und für unsicher erklären, um das den Leuten klarzumachen. So, wir parken ein, Leute. Eingeparkt. Ich hab's zu klau, jetzt gerade einen Säufer, der mir eine Mülltüte trägt, klau ich Geld. War in Woodstock, Einkommen, 5500 Dollar. Und dem hab ich gerade Geld geklaut. Mann, bin ich böse, Alter. Ach da. Aber das ist doch auch unfair, Leuten Geld zu klauen, die sowieso schon kein Geld haben. Wie gemein, ey. Boah, erstmal ne Runde Sprit wieder. Okay, dann mal los. Home. Wow. Home führt dir die Streams von überall zusammen. Ich glaube nicht, dass wir hier nur 2.0 vor uns haben. Du hast recht. Es ist viel zu viel Zeug für die begrenzte Anzahl an Geräten, die schon online sind. Ich tauche mal in dieses Thema. Mal sehen, wo all die pikanten Informationen landen. Hm. Sag uns, wie's läuft. Ich bin ja auch mal so richtig gespannt, wie das dann so abläuft mit diesen ganzen Smart Home Geschichten, die jetzt immer mehr kommen. Ich arbeite ja für ein Energieunternehmen und wir haben jetzt auch so teilweise eine Sparte, wo wir auch näher auf dieses Thema eingehen. Smart Home, Smart Metering. ähm, prinzipiell geht es damit um Strom, also Stromkosten zu mindern. Da bieten wir dann natürlich auch Dinge an dafür. Ja, ähm, ich wollte ja was geiles machen. Und zwar habe ich eigentlich vorgehabt, ich habe mich für die Liste angemeldet für das Amazon Echo. Ha. Ha. Und dann bist du ein, äh, bist du halt zwei Wochen im Urlaub. Zwei, drei Wochen im Urlaub. Und dann hast du während der Zeit, also ich habe am 12. Januar eine Einladung bekommen, Amazon Echo zu kaufen. Die Einladung hält nur eine Woche und danach verfällt sie. Jetzt darf ich nochmal warten auf eine weitere Einladung für dieses Amazon Echo. Ist das nicht fies? Das ist doch richtig krass fies, Mann. Ich habe so Skotzen gekriegt, ey. Ich habe so dermaßen Skotzen gekriegt. Und, äh, ich habe so eine geile Idee gehabt mit diesem, äh, mit dem, mit dem Amazon Echo, weil du ja, das Ding lernt, ja. Und ist ja eigentlich fucking hochintelligent. Oder was heißt hochintelligent? Eigentlich ist es total simpel. Es lernt halt. Aber ich wollte ja damit eigentlich meine Steckdosen ansteuern. Da wollte ich mir extra so Steckdosen kaufen, die im Prinzip dann, äh, meine Steckdosen ansteuern. Und dann musste ich ja im Prinzip nur noch, Alexa, schalte die und die Steckdose an. Und dann schaltet es mir die Steckdose an. Das ist doch voll genial. Und du kannst es ja dann auch noch übers Handy steuern. Und, ah, das wäre so geil gewesen. Das wäre so richtig geil gewesen. Und ich sage jetzt mal so, wenn du, ähm, Heizungssteuerung machst und so weiter. Dann gehst du eh. Das ist sowieso sicher, weil du das über eine VPN-Verschlüsselung machst. Um auf die Heizung zuzugreifen. Schwer wird's, also, äh, blöd wird's dann halt im Prinzip nur, wenn du im Prinzip, wenn dich einer von daheim aus hacken will. Also, im Prinzip musst du bis an dein Haus rankommen, beziehungsweise zum Verteilerkasten, um dann dich wirklich hacken zu können. Anders ist das gar nicht möglich. Isch, isch. Es ist nicht möglich. Sektorprüfung abgeschlossen. Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah. Das ist denklich geil. Oh, geil. Der hat einen Zugangsschlüssel. Oh, der verdient über 100.000 Sehnen Sturz im Jahr. Oh, fuck. Oh, er hat mich entdeckt. Spielt aber keine Rolle. Ich hab den Schlüssel. Ich hab doch irgendwo Schritte gehört. Die Sau Jetzt muss ich erstmal warten Bis diese Kacke Durchgelaufen ist Bis ich einen neuen kriege Oh, war das gemein, Alter Das war richtig gemein Das war richtig fies Leg mich am Arsch Kurz jetzt sind die halt ein bisschen aufgescheucht Ist ja Wurst, Mann Ja, das mit dem Amazon Echo Das hat mich schon tierisch angecast, Mann Richtig zum Kotzen, ey Ich hab schon allein, ich glaub ich Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist Ich hab so lange mich für eine Anmeldung angemeldet gehabt Für eine Einladung angemeldet gehabt Das war einfach so So ewig, glaub ich Ich hab drei Monate gewartet oder so Bin jetzt mal seuchtig gespannt, wann's wieder Wann's rauskommt Aber, oder ob eine Einladung Vielleicht jetzt früher kommt Wie weiß das Fraktion sucht Gegend ab Mega halt Ich hab doch weiter die Gegend absuchen Was will man jetzt auch vergammeln da So Ja, uh, da hab ich dich wieder Oh, 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 oh Ich glaub da kommt das YPD Ach, ich mach das einfach ganz geil So Jetzt chill dich aufs Autodach Yeah Gib dir das mal an Das ist doch geil Das ist doch geil, der Optik Die Spur ist kalt Wir melden uns beim Sergeant Wir nehmen her noch ein paar Tipps, Kai Kann mich doch gar nicht sehen, Alter Start uns alles sicher Was geht Was zum Teufel Ich grüße Sie, Security-Kollegen Was ist passiert? Schwanzloser Penner Mach dich auf was gefasst Mach dich auf was gefasst Oh, 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 oh Oh, verdammt Hast du das gehört? Oh mein Gott Okay, anschneiden Auf mein Zeichen Was zur Hölle? Oh mein Gott Sauber Ich gehe weiter Aufgeben Au, au, au Auszeiten Irgendjemand, bitte Hm, jetzt muss man halt ein bisschen Mit härteren Bandagen vorgehen Was? Außer Reichweite Ich laufe jetzt einmal Oh, sorry Ich laufe jetzt einmal um die Hütte rum Schau mal Ja, warte, jetzt verlasse ich die Kacki kurz Was ist passiert? Hm, 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 hm Komm rein da Oh, jawoll Das ist alles in Ordnung. Da gibt's doch Wetten, irgendwo ne Ding, oder? Schauen wir mal. Fahren wir mal um den scheiß Hausraum her, gucken, ob da irgendein Fenster offen ist, oder so. Egal, wir probieren was anderes. Ich hab hier den Türcode, eigentlich kann ich da jetzt rein. Ah, da geht's nicht rein. Schade. Ah, da komm ich jetzt rein, oder? Nicht mein Problem. Auch nicht, alter. Alter Schwede. Kann ich jetzt voll viel mit den scheiß Bots machen, ey, unglaublich. Brieb, piep, blöd. Hallo, setze meine Partie. Oh, es ist alles in Ordnung. Ich grüße Sie, Security-Kollegen. Sektorprüfung abgeschlossen. Nix, nix, das war nix. Oh, es ist alles in Ordnung. Oh. Die ist gut drauf, Alter. Scheiße, ey. Weißt du, da bist du unterm Schreibtisch, Alter, und die sehen dich. Da kannst du ja auch grad mit gezückter Waffe reingehen, Alter. Das ist viel leichter, Alter. Nichts zu vermelden. Ja, er ist weg. Ich breche hier ab. Ein Alarm wurde ausgemützt. Erkenntnis unterwegs. Notruf, worum geht es? Ah. Ah. Binden ihn. Ausschwerdung. Bleiben Sie online für eine Zielbeschreibung. Over. Die Einsatzkräfte sind unterwegs. Bitte bleiben Sie ruhig. Ah. Oh, nein. Oh, nein. Ja, gegen die Verstärkung hätte ich jetzt nix gehabt, aber da waren ein bisschen viele. Okay, mit Gewalt ist auch kacke. Probieren wir es nochmal. 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 Ist mal ein bisschen chilliger, ne? Ah, vielleicht. 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 Alles in Ordnung. Wenn nicht, geh ich wirklich wieder mit Gewalt rein. Wir haben ja keinen Bock da so lang da rum zu eiern, ne. 103.000 Dollar, Alter. Wir können Leute nur so viel Geld verdienen, Alter. Ach, da ist auch so ein Ding. Ah, Madaguer schивает sie. Mach mal die Zeit. Ach, ne? Ah, nein. Ja, ja, ich hab dich im Bereich. So. Ach, Alter. Ach. Ach. Ach, ach. Ach, ach. Ablenkung war das. Mein Gott. Schließe Netzwerkbrücke ab. Bitte. Schließe Netzwerkbrücke ab. Geht doch. Ja, und was ist jetzt das Ziel? Nicht jetzt. Nicht mit mir. Geh da rüber. Kommen Sie raus. Geben Sie auf. Los, gehen Sie endlich auf. Sieht ruhig aus. Nehmen wir einen anderen Bereich an. Verdammt. Schrottseil. Schon sehr fucking seltsam. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen muss. Was habt ihr? Hauen Sie Datenbeschaffung an. Hm. Fuck, fuck, fuck. Nichts zu vermelden. Ja, er ist weg. Ich breche hier ab. Sektorprüfung abgeschlossen. Nichts zu vermelden. Oh. Hey, was ist das? Was geht los? Nichts zu vermelden. Schließe die Netzwerkbrücke ab. Oh man, Alter. Verpiss dich doch mal. Mann. Du musst mir mal dieses Fridge-Share-Programm erklären. Ich gehe also mit dem Smart Fridge online und vergleiche seinen Inhalt mit all den anderen in meinem Viertel, um zu sehen, ob mir etwas fehlt. Leigt man sich heute noch Butter oder Milch? Heute haben die Geschäfte doch überall rund um die Uhr geöffnet. Außerdem, falls das Ding seinen Job erledigt, ihr solltet es ja schließlich so programmiert haben, dann wartet mich doch, bevor etwas fehlt. Dann ist also seine Hauptfunktion, dass meine Nachbarn sehen, wie ernährlich ich meinen Haushalt schmeiße, mit drei Diätlimos und abgelaufenen Fertiggerichten. Als hätten wir nicht schon Inhalt, um über Freunde und Familie zu lästern. Wer hat denn das durchgeworfen? Ich fahr mal das Ding halt da hin. Was? Oh nein. Und jetzt? Ach, jetzt haben sie die Systeme runtergefahren. Oh nein. Und jetzt? Ach, Alter. So was aber auch. Nichts zu vermelden. Es ist alles in Ordnung. Meine Systeme laufen optimal. Okay. Wow. Ist das nicht lustig, Alter? Oh, Moment. Ah. Wo wird denn der entdeckt jetzt? Was wollen sie denn machen? Hm. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie die da hoch kommen wollen. Ich sehe mich doch gar nicht. Nichts zu vermelden. Das ist jetzt schon ein bisschen crank, Alter. Einheiten vor Ort. Hier Leitstelle. Haben die Deadsec aus unserem Netzwerk gekickt. Gehen jetzt wieder online. Nein. Alter, da ist so viel Kacke drin, Alter. Das glaubst du nicht, ey. Oh, komm schon. Komm schon. Nur ein paar Zentimeter nach oben, ey. Äh. Schicken Position einer 1033. Anweisungen folgen. Passt. Jetzt wisst ihr, was ich mache, oder? Oh, fuck. Wir haben schon fucking überzogen, ey. Okay. Was? Boah, Alter. Natürlich. Die schießen mit Scharfschützengewehren auf mich. Fick dich! Naja. Wir haben 25 Minuten erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Über ein Abonnement würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, so müsst ihr die Kugel auch hier neben dem Abonnenten-Button drücken. Da verpasst ihr auf jeden Fall keine weitere Folge. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.